Ich habe mir diesen Air-Kompressor von Grando gekauft, weil dieser handlich und klein ist und im Kofferraum gut zum Verstauen ist. Diesen kann ich nutzen, nicht nur für die Autoreifen, sondern auch für Bälle, Luftmatratzen, Schlauchboot etc. Die verschiedenen Aufsätze werden mitgeliefert. Dieser Kompressor hat einen 12-Volt-Anschluss und eine digitale Anzeige. Man kann bei diesem Gerät einen beliebigen Druck vorgeben und der Kompressor pumpt so lange auf, bis dieser Bar erreicht wurde. Das ist der Kompressor von Grando. Der Stecker für das Auto mit 12 Volt. Zündung an. Reifendruck einstellen. Taschenlampe. Nun pumpen wir einen Ball auf. Die Lautstärke ist nicht stärker als bei einem normalen Kompressor. Das Kabel kann sehr gut wieder verstaut werden. Einfach in die hierfür vorgesehene Vertiefung eindrücken. Auch das Kabel kann an der Rückseite leicht verstaut werden. Hierfür sind extra Vorrichtungen eingebaut. Einfach in der Kompressor. Einfach in der Kompressor. Deinander geknäutert werden. Das Kabel kann sehr gut aus Suppose die Kompressor. Der Kompressor wird auch nicht verwendet. Aber wenn das Kompressor wird.